so ich habe ein paket bekommen machen was man schon sieht ist es ist von offizielle zolldokumente habe ich hier ein paket und es ist herbal medicines gebundene ausgabe das pharmaceutical press editorial es ist ein nachweis qualifikation bei der britische pharmazeutical society fürs land das ist auch dass der british national formulieren den habe ich gebraucht kriegt man zum glück auch gebraucht da ist es schon das sieht sogar ziemlich aus das ist sogar noch eingeschweißt vor zu mischen manchmal gab es bei den dingen probleme was die druckqualität der bilder angeht das sieht aber hier außen schon ziemlich gut aus das sieht gut aus ein bisschen anders als frügel das sieht gut aus das sieht gut aus ja ja freue ich mich drüber wollte ich auch vorlesen geht wahrscheinlich ab januar 2009 10 online bei youtube es war eigentlich mal die qualifikation als offizielles zolldokumente sind kann man ja Okay. So. Qualifikationsnachweis auch ein Buch. Tschüss. So.